So reagieren wir immer, wenn ein frischer Überzug kommt. Frisch gebarschen, riecht nicht besonders nach Mama, nach Pipi. Dann quickeln wir natürlich erstmal etwas Fremdes. Aber dann sind wir nicht am Schlafen. Und in einer Stunde wird es schon so dreckig sein. Wer ist da hier? Ja, kleine Linie. Wer ist da? Das ist Leni und da ist Wanda. Leni spielt mit Hunter. Hunter mit Lenny beißen sich. Ja, die werden können wir auch schon. Leni spielt mit den Schlafen. 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 Das ist hier mit dem Schlafen. Leni spielt mit den Schlafen. Leni spielt mit den Schlafen. Jetzt schlafen wir rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sieht man, dass die Welpen ein bisschen dreckig sind, vom Futter sind ein bisschen fettig, besser gesagt nicht dreckig, sondern fettig, weil die Schnauzen sind ein bisschen dreckig und dann legen wir sich aufeinander, so wie gerade. Mama schafft es auch nicht, die Madi abzuputzen. Mama schafft es auch nicht, sondern fettig, weil die Schnauzen sind ein bisschen dreckig. Mama schafft es auch nicht, weil die Schnauzen sind nicht, weil die Schnauzen sind. Ja, seit zwei Tagen ist es jetzt so laut bei uns, sobald Fernseher angeht, sobald wir reinkommen. Ja, wir hören schon alles und riechen auch sehr gut. Sobald ich mit Essen komme, dann ist es auch sofort Action. Ja, was haben wir gegessen, haben wir vor eine Stunde, jetzt haben wir gerade getrunken und neue Decke bekommen. Leni, komm doch auch schlafen, guck mal, was deine Geschwister schon machen. Nein, lass es. Ja, dann bis zum anderen Mal. Ja, dann bis zum anderen Mal. Ja, dann bis zum anderen Mal. Tschüss. Ja, dann bis zum anderen Mal. Tschüss. 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 Tschüss.